... ... ... ... ... ... Hallo, hoferdischen... Oh na Gott! Was zum Teufel? Was? Äh... Was? Was haben sie so vorhin gekriegt? Was? Darf ich helfen? Können Sie mir sagen, wie das passiert ist? Nee, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir können zusammen versuchen, das Ding aufzuheben. Das schaffen wir bestimmt. Ich geh ein Stück zurück und sie heben das auf. Das wär, glaub ich, besser. Okay. Drei, zwei, eins... Oh, perfekt! Mensch! ... ... ...